Mal loslegen. Heute ist das Daddy fünfmal mit einem Mario gewinnen. Legen wir mal los. Schauen wir mal. Derzeitig bin ich auf Rang 13. Hm. Troide. Okay. Die machen wir mal weg. Keine so schlechte Hand. Naja, der hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Mh... Legen wir mal los. Mh, 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 mh. Ein Schröder. Leider. Was haben wir denn auf dem Brett? Sechs, zehn, zehn, zehn. Ich diene dem Feuer, Fürsten. Mh... Zehn sind sechzehn. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Na, mal sehen, was da rumkommt. Na, mal gucken. Na, mal gucken. Den macht er mir weg. Okay. Mach's so. Ja. Hässlich. Hässlich. Lasst uns handeln. Ich lasse euch am Leben. Hm. Nächste Runde vielleicht den Feuerball und einmal schießen. Mal gucken. Hm. Okay. Hm. Ronen. Oh, 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 oh. Hat noch vier Leif. Feuerball war nicht so schlecht. Naja. Spielt der Lower Tap. Spielt der Lower Tap. Spielt der Lower Tap. Mal Rapport auf fünf. Hm. Ja, schade, ne? Machen wir's erst mal so. Ob das eine Weiseentscheidung war, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht ganz genau. Sollte ich jetzt vielleicht den Flammstoß in der nächsten Runde spielen? Aber dann steht immer noch Lower Tap. Das war natürlich jetzt doof. Hätte ich Lower Tap natürlich eher anschießen sollen. Aha. Hm. No, ja. Da leckt mich am Arsch. Hat er gewonnen. Tja, man könnte sagen, Lower Tap hat das Ganze irgendwie gerettet. Schöne Scheiße. Hat genau gereicht. Dammit. Naja, gut. Töne mal ein neues. Vielleicht hätte ich den Azur Drachen vorher wegmachen sollen. Na, ich weiß es nicht genau. Offensichtlich war's so nicht, äh, perfekt. Medivh gegen Jaina. Jaina. Mögen die Spiele beginnen. Hm. 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 Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Hm. Das war aber nicht nett. Das war aber nicht so nett. Na, Meister, bist du ja nicht da, oder was? Ich repariere alles. Hm. Der Herr Mechaniker hier. Gucken wir mal, was wir damit treffen. Ah. Ich. Ich. Das war's. Hm. Hauen wir den mal gleich raus. Da muss er wahrscheinlich die Dicken erst mal rausholen hier. Eine Flammenkanone. Tja, ist die Frage, wie ich rumspiel muss. Ich glaube, ich spiel's mal so rum. Herr, weg. Dann schieß mal noch seinen Kumpel weg. Ab aufs Life. So, vierte Runde. Was könnte denn da schönes spielen? Wer weiß. Ah ja. Ein Schreiber. So, dazu habe ich, äh, diesen. Hm. Sehr gut. Für mich. Auch nicht schlecht, Zauber. Ja, den räumt das Feld auf. So, nächste Runde Sarat, falls nicht noch mal irgendwas Tolles kommen sollte. So, was haben wir jetzt? Letzte Meister. Joga, 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 joga. Mhm, mhm, mhm. Tja. Schwierig. Hier rumspiel ich's jetzt. Sexte Runde ist natürlich grad doof mit Sarat. Da kann ich mir nicht den noch mal holen. Hm. Könnte den lauer Zauberlernick spielen. Noch mal schießen und den Wissenschaftler raus. Hm. So. Ja, weg. So. Lassen wir's erst mal so. Ich weiß nicht. Am liebsten hätte ich den Zauberlernick noch mal rausgepackt. Aber dann hätte er mir wahrscheinlich mit irgendwas anderem noch mal weggebasht. Hm. Okay. Hervorragend. So. Siebte Runde. Dr. Boom oder nicht Dr. Boom? Das ist hier die alles entscheidende Frage. Halt immer noch zwei live. Dann spielen wir Dr. Boom mal. So, den wird er sicherlich jetzt gleich einfrieren oder was auch immer er da gerade tun wird. Er könnte beide rein stürzen oder was hat er da? Ah ja. Alles klar. Dafür der Fireball. Oh ja. Zurecht. So, Bomben werde ich in ihn hier reindrücken. Komm, Vierer. Ach, naja, der klappen kann. Ja, warte mal. Das machen wir noch ein bisschen anders. Lass uns handeln. Wir geben auf. Ich lasse euch an. Ja. Wir haben Position. Und ihn rein. Nicht schlecht. Ein Vierer ist schon ganz gut. Das haben wir bekommen. Für Ursache, drei Schaden. Er hat ja drei Rüstungen. Oh, hervorragend. Das ist vielleicht zum Finish nicht so schlecht. Nächste Runde gucken wir mal, ob wir den astralen Beschwerer rausdrücken. Oder vielleicht das Portal. So, triff mal ein bisschen mich. Wäre ganz gut. Aha, okay. So, damit hätten wir jetzt die Möglichkeit, richtig auf den Sack zu kriegen. Also erst mal da rein. So, dann gucken wir mal, was er hier bringt. Fügt ein Demo um 8 Schaden zu. Wenn euer Gegnerzauber auf einen Diener wirkt, ruft ihr. Ja. Oder Eisblock. Schön. Schön. Tja. Den kriege ich jetzt nicht mehr raus. Den Eisblock kriege ich vielleicht noch raus. Ich spiel mal ihn hier. Den auf ihn. Ach komm. Der eine hätte doch ruhig noch sitzen können. So, wenn er jetzt nicht nochmal irgendwas zum Heilen findet. Vielleicht einen antiken Heilbot oder sowas, den er wahrscheinlich auch drin haben wird. kommt er mit 9 aufs Life, mit 10 aufs Life. Das haben wir dann wohl gewonnen, würde ich mal sagen. Das haben wir wohl gewonnen. Ähm, ja. Auf da. Und gute Nacht, Marie. So. Das wäre wohl fertig. Okay. So, okay. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Und... Ich gucke mir das gleich mal an. So, ich gucke mir das gleich nochmal an. So. So, ich gucke mir das mal an. Okay. So.